Servus, bei mir sitzt der Flo, grüß dich Flo. Servus. Flo, wir suchen jetzt deine Traumfrau, oder? Ja. Dazu würde ich gerne erst einmal was von dir wissen, magst du was erzählen? Ja, ich bin der Florian, bin 23 Jahre alt, komme aus Heidelfing, also das ist dort in der Nähe von Landau an der Isau. Vom Beruf bin ich bei Ingram Micro hier in Straubing als Kommissionierer. Ja. Was machst du in deiner Freizeit gerne? In meiner Freizeit mache ich gerne was mit meinen Freunden am Wochenende, weil unter der Woche arbeite ich. Ich gehe gerne Bowling spielen, Billard spielen und ab und zu mal Fitnesstraining. Und wie stellst dir deine Traumfrau vor? Also sie soll auf jeden Fall ein Blond, ein Blondeser oder schwarzhaarig. Vom Körperbau eigentlich ganz normal. Ja, sie soll auch nett sein, selbstbewusst und vor allem auch eine Bodenständige, die mit beiden Beinen im Leben steht. Also auch ein Arbeiter, ein Autoführerschein, genau. Gibt es irgendetwas, was du überhaupt nicht erpackst an Frauen? Ja, wenn sie z.B. zickrig sind oder wenn man mich veranscht hat, das mag ich auch nicht. Alles klar. Das ist aber normal, glaube ich. Das ist normal, ja. Aber was ich ehrlich sagen muss, ich bin eigentlich einer, der, der auf Frauen steht, die älter sind wie ich. Also vom Alter her können sie leicht ab 24 bis 27 gehen. Wunderbar, Flo. Das war's schon. Das war jetzt der Flo. Wenn ihr ihr Interesse am Flo habt, dann meldet euch bei ihm. Fiat euch. Fiat Leute. Alles Gound. oder?